Chillen, Ruhe, Natur, ins Grüne. Moment, das geht nicht. Nicht nachhaltig. Es ist jeder Moment irgendwie intensiver. Geil! Man macht es irgendwie bewusster. Noch einmal irgendeinen Prunftschrei. Vielleicht locken wir einen Hirsch. Woher weißt du das, dass ich den Prunftschrei so gut kann? Oh! 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 Wir haben den versammt. Na super, und jetzt ist kein Zug da. Nachhaltiger, glaube ich, wie das geht's nicht, oder? Resümee des heutigen zweiten Reisetages. Ich hab den ganzen Tag viel gewartet. Wir sind so oft am Zug gewartet, am Bus gewartet. Auf die Hirschen, auf die Schweinl. Das Taxi da rennt. Dafür war es sehr nachhaltig. Hast du Taxi gesagt? Sehr nachhaltig. Gute Nacht. Bist du den Tag singt? Du bist sicherer, dass du auch in das verwirte. Du bist are ... Du bist älter.